In der 84. Spiel wird noch einmal wechseln beim FH Ravensburg aus dem Spiel der Spieler mit der Nummer 10, Söngel Nogru Raman, neuer Ball mit der 16, Marcel Fetscher. Und in der gleichen Minute ist das 0 zu 2, der Torschütze der Spieler mit der Nummer 18, der FH Ravensburg, Daniel Schachtschneider. Untertitelung des ZDF, 2020